Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge O sind für Einsteiger. In diesem tollen Video hat Bendo Brown gezeigt, wie man den Aufnahmeort von diesem Foto herausfinden kann. Und nachdem das ja schon ein bisschen älter ist, dieses Foto, habe ich mir gedacht, ich zeige jetzt mal, wie man das Foto finden kann. Also zu finden gilt es, die Wörter Free Beer und es war im Account von AdOfficial McAfee. Und dann suchen. Tja, und tatsächlich kann ich dieses alte Foto wiederfinden. Und wie ihr seht, hat Twitter das jetzt in seine Syntax gebracht. Free Beer, in Anführungszeichen, so wie ich das auch eingegeben hatte. Und aus Official McAfee oder AdOfficial McAfee wurde from Doppelpunkt und das Ganze wurde in Klammer gesetzt. Gut. Genau. Ich kopiere mir das jetzt gerade mal nochmal in einen neuen Tab, weil ich möchte die Suche jetzt noch ein bisschen verändern, aber ich brauche dieses Ergebnis hier. Denn dieses Foto beinhaltet ja die Frage, Yesterday on the way to London. Und die Hauptfrage war ja, okay, aber von wo aus? Und Bendo Brown hat natürlich das Bild gezeigt oder den Tweet, aber ich will euch jetzt zeigen, wie man den finden kann, ohne zu wissen, was draufsteht. So, Moment. Genau, also ich weiß jetzt 28. Januar 2020 ist dieser Tweet. Und jetzt gehe ich in die erweiterte Suche und jetzt ist ein bisschen hässlich, die ist leer. Das heißt, ich kann so ein Tweet, so eine Suche hier drin jetzt nicht erneut anpassen. Ich brauche aber auch jetzt gar keine Wörter, sondern ich brauche von AdOfficial McAfee und ich möchte, weil das sonst wahrscheinlich zu viel wird, möchte ich nicht irgendwelche Antworten, die er irgendjemandem gegeben hat. Bei links bin ich jetzt unsicher, kann man nochmal drin lassen. Und dann hatten wir jetzt ja gesagt, Januar 28. 2020 bis, oh, halt, genau, falsch rum. Ich möchte es bis zum 28. und ich sage mal, drei Tage vielleicht 2020, so hat es geklappt, ja. Also, ich möchte jetzt vom Account McAfee die Tweets zwischen 25. und 28. Januar, aber keine Antworten, die er irgendjemandem gegeben hat. Denn die Twitter-Oberfläche limitiert die Suchergebnisse und ich vermute, hoffe mal, dass ich die Infos auch außerhalb von Antworten finde. So. Aha, ein Bild von der Fahrt. Unser Reisepartner. Meint er jetzt den Hund oder hier den Alkohol? So, hier, Bavarian Icon André. Also, er war mit einem Bayern André Hofbräuhaus. Könnte sein, müsste man jetzt überprüfen, ob Hofbräuhaus hier diese Inneneinrichtung hat. Und hier ist das Foto, das Bando Brown verwendet hat. My security team has arrived to escort us to England vom Hotel Schlicker. Ja, so funktioniert die erweiterte Suche in Twitter. Die ist doch sehr mächtig. Genau. Wenn man das, dieses Problem mit der, dass die Suchbegriffe nicht erneut in der erweiterten Suche auftauchen, wenn man sie nochmal editieren will, ähm, wenn man das umgehen möchte, dann findet man hier auf dieser Seite, wenn man ehlend lang runterscrollt, hier die Search Qualifiers. Also, wenn ich etwas so schreibe, ähnlich wie bei Google mit Anführungszeichen, oder mit Minus davor das Ausschließen. Und dann kommen jetzt halt hier zum Beispiel die Filter. Also möchte ich nur Tweets mit Links haben oder Tweets ohne Links. Möchte ich von diesem Username oder möchte ich diesen Username ausfiltern und so weiter. Und da gibt es doch schon ganz schön viele Möglichkeiten, um die Ergebnismenge so klein zu halten, dass man, ähm, ja, mit dieser Mengenbegrenzung kein Problem hat. Jetzt, so wie ich gerade eben hier, ähm, zwar hier drüben, genau, wo ich hier jetzt eben diesen Filter gesetzt habe, dass ich keine Replies, die er gesendet hat, ähm, mit drin haben will, weil, ich kann es euch auch mal zeigen, äh, nee, ich will gar keinen Filter auf Replies haben. Und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt hier zwar noch das Hündchen haben, sehen wir einen Dösenden, das, hier haben wir noch ein Foto, vermutlich dann ebenfalls im Hofbräuhaus. Aber irgendwann ist jetzt hier halt auch Ende mit der Fahnenstange. Und wenn ich Pech habe, ist halt das, was ich gewollt habe, nicht dabei. Und deswegen kann man diese Antwort an Sachen ja auch einfach mal rausfiltern oder sagen, man möchte nur, äh, Fotos haben, weil Fotos halt wieder das sind, was weitere Informationen bietet und so weiter. Okay. Also so durchsucht man Twitter. Viel Spaß. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.